Superstar Robbie Williams haut heute mal einen raus. Der 47-Jährige kommt nach Deutschland und wird am 27. August 2022 vor 150.000 Menschen in München auftreten. Und darauf freut er sich nach der Corona-Zeit wie irre. Am Anfang der Pandemie dachte ich, super, ich weiß, wie man zu Hause bleibt. Aber nach einer Zeit, oh Gott, es war so langweilig. Ich habe 72 Songs geschrieben und angefangen zu malen. 72 Songs? Wow. Mal sehen, welche davon er nächstes Jahr live performen wird.